Joglerinnen und Jogler in dieser wunderschönen Kracht. Das gehört natürlich auch zum 1. August. Und für euch haben wir uns ein Lied mitgenommen. Eines Lied von ihr 100% einkündigt. Und das heisst Dankbarkeit. Für euch, ganz speziell. Und noch ganz mal für diese wunderschönen Joglerinnen und Jogler hier an diesem schönen Tisch. Da kommen natürlich noch mehr. Willst du gerne tanzen? Okay, schönes, wunderschönes Lied. Ich freue mich natürlich alle. Und manchmal vergiss mir das zu sagen. Oder vergiss es eben zu sagen, zu danken zu sagen. Und manchmal kommt die Nummer Dankbarkeit. Und manchmal raus. Und manchmal kommt die Nummer hier an. Und manchmal raus. Und manchmal raus. Und manchmal raus. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020